Das Netzwerk Integration fördert den Austausch von Politikerinnen und Politikern mit und ohne Einwanderungsgeschichte in der CDU. Dafür steht auch das U in unserem Parteinamen. Für Union, also den Gedanken, dass man Menschen zusammenbringt. Jeder ist in der CDU herzlich willkommen, der unsere Werte und Prinzipien teilt, zum Beispiel die soziale Marktwirtschaft. Das C in CDU ist eine Einladung, eine Einladung an alle, die auf die Freiheit des Einzelnen bauen, aus der die Verantwortung für den Nächsten erwächst. Das C grenzt nicht aus, sondern kann eine gemeinsame Basis sein. Wir ermutigen deshalb alle Menschen, Verantwortung für unser Land und unsere Gesellschaft zu übernehmen. Daher wollen wir mehr junge Leute, mehr Frauen und mehr Bürgerinnen und Bürger mit Einwanderungsgeschichte für eine Mitarbeit in der CDU begeistern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017